... von Christine Gengert und wir werden es jetzt zusammen, denn dieser Text ist wichtig und dem wollen wir uns allen, die gesagt wird, mitnehmen. Also, wer den Sektor hat hinten bei den Demonstrationen, geht einfach mit, okay? Also, ich will keine Arbeit machen, an der ein anderer sich verdient, läuft Leben auf und lassen mit Menschen, die mir nahe sind. Eine Kraft für etwas geben, wo wir einen Sinn drin sehen. Natur und Menschen willig dienen, statt dem Stress kaputt zu gehen. Wenn wir zusammenstehen mit John aus USA, mit Indira aus Indien, Lati aus Afrika, lassen wir uns nicht benützen, stets verkleinern unseren Lohn. Nicht nur Überfluss für Reiche, nein, für alle Großen und Großen. Viele kämpfen um ihr Leben, dort im jahrelangen Krieg. Die Herstellung von Waffen hilft der Geldgier nur zu Sieg. Keine Zukunft, keine Zuflucht, Europas Festung schließt die Tore. Wer schon hat, den wird gegeben. Doch alle Menschen wollen leben. Wenn wir zusammenstehen, kämpfen wir für jedes Kind. Nicht nur in unserer Heimat, überall, wo Kinder sind. Weil eine Erde, die gesund ist, nur die Zukunft grüßen kann. Und so bleiben wir stets wachsam, dass jeder Mensch gedeihen kann. Wenn wir zusammenstehen, ist die Erde für uns gut. Sie hat Platz genug für alle, dafür kämpfen wir mit Mut. Konsum und Reichtum wird zur Krankheit, mit der Gier der Grenzenlosen. Dieses Spiel nicht mitzuspielen, bringt ja alle Brot und Großen. Jawohl!